Jo, Freunde, Zenofs hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Diamond and Pearl, Vanimizer vs. mit dem guten Niko Hashi. Ja, genau, mit mir, dem anderen YouTuber, wie ich letztes Mal in den Kommentaren sogar genannt wurde, das fand ich irgendwie... Mit dem anderen YouTuber stimmt. Celos und der andere YouTuber hat da irgendwie geschrieben, das war... What the fuck? Ach, hier sind noch Trainer! Oh! Natürlich, die hab ich auch erst gemacht. Genau, ich war grad so entschlossen, den Encounter zu holen und dann sind da noch ein paar Trainer. Ja. Ich würde sagen, ich bin beim Windkraftwerk angekommen, let's go. Genau, ja, Leute, beim letzten Part, bei mir, ein kleines Disaster mit der Arena. Mit Celos lief das ein bisschen flüssiger, aber heute... Heute suchen wir noch ein paar Encounter und stellen uns... Wenn wir den Partys geschaut haben, am Sonntag kam der auf Niko Hashi's Kanal. Er hatte halt Struggle gegen Mammutel, der wäre fast gestreept worden von dem Teil. Das ist... Ganz genau. Das ist lustig gewesen. Mit drei Highlights war ich da. Ja. Aber ich wollte nicht, dass die Würde so früh zu Ende ging. Deswegen war ich für Niko Hashi, Leute. Genau. Gutes Argument, das stimmt. Das wäre ein bisschen lame gewesen. Ich will, wie gesagt, doch bis nach Blizzard kommen, ja. Ins Ski-Resort. Das wäre schön. Ich muss aber zuerst mal Brutalender ein bisschen leveln und ein paar neue Encounter holen. Ich habe jetzt extra übrigens noch keinen Magneton reingenommen, Leute, weil ich noch hier im Tunnel einen Encounter fangen wollte. So. So, und ich wollte noch jemanden grüßen. Und zwar hat mich ein Abonnent gefragt, ein Zuschauer, ob ich ihn grüßen kann. Und das ist der gute Akuma. Ich habe einfach gefragt, in der Kommt-Down, hey, kannst du mich beim nächsten Part grüßen? Und warum nicht? Warum nicht? Das grüßt, mein Freund. Und du wirst auch noch ein Pokémon. Und da, Leute, wir haben uns auch einige von euch wieder aufgeschrieben nach Pokémon. Also, let's go, let's go. Auf in den Gras. Bitte etwas Gutes, was ich im Team gebrauchen kann. Und das kann ich gebrauchen. Eine Webtain. Oh, aber es ist wieder, der struggelt die Starter. Ah, nein, nicht schon wieder. Viel Spaß beim Fangen. Viel Spaß beim Fangen. Ich sage nur Morabel. Dieselbe Gen sogar. Der Rächer kommt. Und die zweite Entwicklung. Habt ihr den Part gesehen? Ich habe einfach Morabel nicht gefangen können mit acht Bällen oder mit sechs Bällen. Ja, sogar im roten Bereich. Alter. Wenn das jetzt wieder sich... Aber wie viele Bälle hast du? Ich habe diesmal, glaube ich, über zehn auf jeden Fall. Und zwei Superbälle, glaube ich. Also, ja. Okay. Ja. Aber es ist trotzdem Starter, ne? Leute, eine Webtain passt einfach richtig gut. Come on. Webtain, Webtain. Gewaltruss. Meinst du es tankt ein Tackle? Ich bin sieben Level höher mit Lawina, mit Staravir. Ja, ja klar. Sollte Tackle-Tank. Also Mautzi hat es nicht getankt. Ja doch, ein Webtain, klar. Ist ein zweiter Entwicklung, ein Tank ist sicher. Oh, okay. Aber es ist leider ein Two-Hit. Ja, hast du Status? Ne, ne? Ne, leider nicht. Ja, das wäre dann einfacher gewesen. Ich habe sogar einen Heilball gekauft in der Jubelstadt. Deswegen, eine Statusattacke wäre schon sick, aber wie kriege ich das Team geschwächt? Zum Glück habe ich da die Donnerwille am Start. Wie bekomme ich das Team geschwächt? Okay. Lunastein ist Psycho. Warte, du hattest letztes Mal die TM Tarnsteine bekommen, ne? Von dem Arena weiter. Ich habe gar nicht nachgeguckt, deswegen wollte ich das jetzt noch machen. Ähm, bedrohe ich erst mal. TM 76 war das bei mir. Ich glaube, aber das waren auch Tarnsteine. Ja, ja, ja. Sollte Tarnsteine. Ich kann das Team nicht weiter schwächen. Fuck. Das ist bitter, vor allen Dingen wegen, weil es ein Starter ist. Ich kann natürlich in Wassermann gehen und so schwächen, aber sonst kriege ich das Teil nicht geschwächt. Ich werfe einfach mal einen Pokéball, komm. Es ist im gelben Bereich. Einfach mal auf gut Glück. Ich habe, ne, ich habe einen Superball. Ich habe 14 Bälle, 12 Pokébälle, einen Superball, einen Heilball. Boah, komm. Aber wir haben ja schon beim letzten Mal festgestellt, dass du sehr, sehr wenig Geld hast. Also wenn du jetzt wieder alle verhaust, das wird kritisch. Eins, zwei, drei. Let's go, gefangen. Let's go, gefangen. In gelben Bereichen. Leute, Morabel war im roten Bereich und ich habe es nicht gefangen. Und Webtain beim ersten Ball. Instant. Wow, das nenne ich Luck. Lucky Luck. Aber ich kriege jetzt hier vielleicht auch noch einen Encounter und ich hoffe, ich bekomme auch was ähnlich Cooles. Erstmal zerströmmen wir den Stein. Ist das ein Encounter direkt? Ne. Und da ich Akuma gerade gegrüßt habe und es ist halt weiblich, aber es ist glaube ich nicht schlimm, deswegen komm, Akuma, let's go. Das passt glaube ich zu Webtain. Oh, wie cute. Das ist super, Evoli. Ja, super. Als Encounter? Ich finde Evoli. Ja. Ja, ist so perfekt. Evoli ist super. Vor allen Dingen, weil ich dir in... Obwohl, wie entwickelt man Evoli eigentlich zu Nachtara? Bei Nacht, oder? Bei Nacht. Aber doch, das ging ja schon. Doch, doch, doch. Einfach nur volle Freundschaft bei Nacht, glaube ich. Afroginär volle Freundschaft. Akuma, let's go. Willkommen im Team. Ah ne, auf der Box. Scheiße, ich hole dich ab. Ich hole dich ab, mein Boy. Auf der Box. Oh, das ist die zweite Evilution bei mir, fällt mir auf. Super. Dann Psyana und Nachtara hätten schon was. Aber das Geile ist, bei Evoli in der vierten Gen, du kannst es im ewig genauer Wald schon entwickeln, weil da dieser komische Grasstein ist, glaube ich. Stimmt, da gibt es einen Stein und den Blizzard da. Und da kann man es zu Follipurba machen. Richtig, richtig. Follipurba ist zwar schlecht, aber es wäre schon mal ein vollentwickeltes Haus. Also ich habe ja in der dritten Gen Gewaldro am meisten gefeiert. Ja, ich auch. Gewaldro ist so ein geiles Design. Immer Reptain genommen. Immer. Ich habe auch, ja gut, Flemdi war ja auch ganz gut. Logok war auch richtig cool, aber Gewaldro war irgendwie, keine Ahnung. Es hatte was. Ich habe sie im Anime damals schon gefeiert. Hast du im Anime geguckt von Pokémon? Hin und wieder, nicht so oft, aber... Ja, ich habe den bis zu... Es hat eine TM! Okay, muss ich mal gucken. TM56. Echt? Gucken, was das ist. Das ist immer Hype, wenn die TMs tragen. Ja, krass. Oh, ich muss das hier mal... Ich habe alle auf eine, obwohl Mankey schon tot ist. Also ich tue Mankey mal auf eine andere Box. Ja, habe ich auch letztens gemacht. Zwei. Warte, wie viele Verluste hast du? Zwei auch, ne? Zwei? Einen? Einen. Nur Mankey. Ah, genau, nur Mankey, okay. Liegen noch vorne mit den Verlusten, aber... Ich versuche jetzt, dass ich mir ein gutes Team zusammenstellen kann. Achuma, du wirst definitiv jetzt trainiert. Hab willst du TM56. Das hört sich auch gut an, oder? Scheiße, es ist Schleuder. Es ist Schleuder. Mann, Schleuder. Der übelste Troll. Es hätte ein Blättersturm sein können, dann hätte ich das direkt Waptain oder Gigasauber. Wie funktioniert Schleuder überhaupt? Ist das Item denn weg, wenn man das schleudert? Oder behält man das? Ja, ich glaube schon, es ist weg. Ich glaube schon. Okay, dann ist es komplett. Je nach Item wird es halt stärker, irgendwie sowas. Ja, mit Granitstein und so ist es, glaube ich, ganz gut. Okay, Evoli wurde gefangen. Wer wird Evoli? Ist es männlich? Ist es männlich? Okay, wir haben einige Leute. Iceman wäre natürlich nice, aber Glaciola gibt es erst in Blizzard. Dann wird das der Gude oder die Gude. Eine kurze Frage. Weißt du, ob Lavita Drachenwut kann? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ja, Lavita. Verwechsle ich das jetzt? Ich bin der Meinung, in irgendeiner Naslok mal ein Drachenwut-Lavita gesehen sei. Ich glaube auch. Ich glaube. Und ich habe gerade Angst. Aber nehme ich doch nicht beim Wort. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch gesagt, dass Rai Quasa und Brutal an der Drachenwut können und die konnten sie nicht. Von daher. So. LeWolf, das Evoli. Willkommen im Team. Nice. Evoli ist immer schön. Okay, raus hier. Wir sind jetzt in Flori. Oder erstmal auf Rote 204. Du bist jetzt auch endlich da. Ja, gut. Ja, aber naja. Ich meine, ich muss mich hier noch bei einige Trainer schlagen. So, Specs, Spukball, auf geht's. Leute, wer es noch nicht weiß. Ich habe das Wahlglas gefunden für Latios. Und es ist einfach ein One-It. Alter. Das ist so broken. Vor allen Dingen, wenn du noch die Step-Drachen-Attacke bekommst. Dafür hast du einen Brutalaner mit Bedroher. Ja, ich will mich gar nicht beschweren. So. Teddy Ursa. Ja, nice. Gegen sowas will ich doch mal kämpfen. Nicht mal Moodle, ey. Jetzt pass auf, jetzt kann das Ding hier K.O. Wir müssen vor K.O.-Attacken wirklich aufpassen. Irgendwelche Pokémon konnten das irgendwann. Stimmt, ja. Sowas wie Golking kann Hornbohr und so. Oder Jugong und sowas. Eis ist Kälte. Ja, Eis ist Kälte. Du musst einfach nur darauf achten, dass du ein höheres Level hast. Dann können sie dir ja nichts machen. Die Tür ist von innen abgeschlossen. Ach, wir müssen zurückgehen. Stimmt. Hm? Was? Wir müssen zurückgehen? Wohin? Ja, ich muss irgendwie nach oben, links nach oben, über dem Popo-Zentral. Stimmt. Alter, ich hab's so oft gesagt. Das Spiel ist einfach verhext. Ich hab schon wieder Palkia. Alter, im Trainerkampf. Du wolltest aber die Alga haben, ne? Jetzt pass auf. Ja, ich wollte mal die Alga haben, aber Palkia hab ich schon so oft gesehen in dieser Naslock. Und ich spiel Pair, das ist so witzig. Mann, ey, Level. Da muss natürlich wieder Vati an Start. Level sie, okay. Ja. Der kann nix. Vati ist immer noch... Wenn ich jemals Stunner-Bilds bekommen, holy shit. Mhm. Er lernt's ja, glaub ich, von selber. So, erstmal abchecken, was Raptate für Attacken kann hier, solange ich noch ein Gespräch mit... Wahrscheinlich Rasierblatt, oder? Nee, nee, was ist... Also, Upsorger kann es, ja. Aber mehr kann es, glaub ich, nicht. Ja, okay. Mit... Oh, Feuerodern. Das wird nix machen. Oh, ein Knacksel! Das Ding kann bestimmt auch Drachenwut! Oh, okay. Das kann garantiert Drach, oder? 100%ig kann dieses Scheißding da anwut. Und ich hab immer noch keine Drachenattack auf Latios. Ach, Mann. Knacksel ist das zweite, ne? Ja. Knacksel ist das... Ja, okay. Das wird eklisch. Komm, Laurina, ich glaub an dich. Du tankst deine Drachenwut. Wenn es jetzt wirklich Drachenwut einsetzt, opfer ich danach im Mon. Und? Wenn es jetzt Drachenwut einsetzt, dann... Erstmal Bedroher. Warte. Jetzt kommt Steinkante-Quit. Warte, 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 warte. Es kommt, es kommt. Drachenwut, ich wusste es! Oh, ist es tot? Ist es tot? Nein, Laurina tankt es halt noch. Aber ich muss jetzt irgendwas rein wechseln. Okay, Leute. Die sagten, die wechseln sich. Ich wusste, irgendwann passiert das. Jetzt, das ist heulich so schön. Ja, jetzt wird natürlich Krebskorps geopfert. Es tut mir leid. Evil, 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 evil. Ja, jetzt wird dein Team, glaub ich, dezimiert. Drachenwut, das ist so witzig. Und nochmal, es geht einfach die ganze Zeit auf Drachenwut. Oh, shit. Warte, wie viel KP hat dein Latios noch? Es hat über 40. Okay. Also, Spookball sollte two-hitten und a crit kann es ja sowieso nicht. Ja, aber es ist schon... Außer es kommt jetzt eine Drachenattacke von Knarkse. Ah, nee, der kann keine physische auf dem hin, würde ich sagen. Und es ist auf minus eins. Also, ich sollte alles jetzt tanken, was kommt. Ja, klar, das denke ich. Und Spookball two-hit. Es won't hit it sogar, okay. Dann hätte ich evil gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht opfern müssen. Aber das wusste ich nicht. Stimmt. Lieber auf Nummer sicher. Evil, umsonst gestorben. Aber evil, du wirst noch und noch ein Pokémon benannt, keine Sorge. Aber jetzt haben wir jeder zwei Tode, ne? Ja, es ist wieder ausgeglichen, ne? Also, noch bildet sich kein wirklicher Spitzenreiter hier hervorher. Wir müssen erst mal noch gegen die ganzen anderen Arregen kämpfen. Ja, noch. Noch. Kann sich schnell ändern. So, Gerardax. Alter, Brutalander macht schon wieder so viel Work. So wie Latios. Hätte ich Latios nicht, wäre ich, glaube ich, schon längst der Held. Ich weiß nicht. Jetzt gerade gehen das Kratzer. Anfang war Latios schlecht, aber jetzt hilft dir das echt gut mit dem großen Doppelkampf. Aber allein wegen Spookball, dass ich Spookball einfach gefunden habe, die TM. Ja, das war einfach nur insane. Gut, dass wir eingestellt haben, Bad Items. Also, dass wir das einfach ausgestellt haben. Das ist ja wichtig. Ach stimmt, das haben wir ausgestellt. Ich wundere mich schon, warum finden wir denn so gute Items? Ich habe gerade einen Metronom gefunden. Ähm, warte, wen trainiere ich jetzt? Soll ich? Also, Evoli, sagst du wirklich, ist Max Freundschaft, ne? Ja, definitiv. Bei Nacht und dann bei Tag. Je nachdem, wann du es dann auf Max Freundschaft hast. Boah, darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Ich glaube, ich mache es einfach zum Fullypulver. Ähm. Na komm, wir trainieren Evoli. Wir trainieren ein bisschen Evoli. Gehen hier in den Doppelkampf rein. Doppelkampf mit einem Bedrohung ist natürlich richtig, richtig lecker. So. Ich habe voll Angst um Webten, Mann. Ich habe voll Angst, ich darf mal Level 10. Ich will das. Oh, Level 10. Gewaltrohr haben. Oh, Rexblizzard war dringend. Oh, da kann ich meinen... Kann Rexblizzard schon Eissplitter auf den... Oh, es kommt sogar der Crit gegen Reptale, aber es tankt es. Ey, Leute, was ist denn heute los? Von was wurde sie gekrittet? Von einem Shamian. Von Kratzer. Ich bin fast gestorben. Ich bin die süße Katze. Durch den Absorber habe ich mich in eine Range gebracht, wo ich den Crit noch getankt habe. Oh mein Gott. Lucky, lucky. Was mache ich jetzt? Holy shit. Rexblizzard. Oh mein Gott. Komm, ich bleib drin. Ich lasse jetzt Brutalander gegen eine Eisattacke drin. Aber es tankt doch eine Eisattacke, oder? Ja, die Sache... Obwohl, kann Rexblizzard... Kann er Pulverschnee? Nee. Ja, stimmt. Aber es hat nicht so guter Spätzangriff, oder? Soll ich es riskieren? Ich meine, ich habe keinen Bock rauszuwechseln. Das ist aber echt wichtig, Brutalander. Weiß ich nicht. Er wird doch nicht sterben, oder? Komm, ich flinche ihn einfach zu Tode. Ach stimmt. Brutalander jetzt stirbt. Jetzt muss ich gegen den zweiten Trainer direkt. Ich konnte mich nicht heilen. Jetzt kommt nochmal... Nein. Was? Gartrump? Es kommt Cresselia. Kann das Ding vollmeilen? Ach, nerwe auf dem Level. Come on. Flinch, bitte flinch. Bitte flinch. Wenn du auf Pulverschnee gehst, dann bin ich tot. Flinch? Lockduft? Okay, das ist egal. Bitte geh nicht auf Pulverschnee. Aber es wird doch niemals reichen. 5 Level drüber. Konfusion, okay. Was geht da? Latio, was geht da? Auf deinen Speck-Spuckballs verlass. Oh, der flinch. Ja, easy. Du hast öfters den flinch, ne? Im letzten Part auch schon. Ja, Brutalander ist Fall der Hacker. War das nicht dreimal hintereinander? Ja, nein, nicht hintereinander, aber dreimal gegen das Tor talken. Das hat mich gerettet. Das hat mich einfach gerettet. Alter, es warnt jetzt einfach Cresselia mit Spuckball. Ja, okay. Ja, du hast Latios. Aber es ist Cresselia. Ja, ich meine, es kann eklig sein, aber wenn man nur so ein Speckst Latios mit Unschirm oder so... Alles gut, dann ist es Wursensgewinner jetzt schon. Nein, nein, nein. Nein, mein Gegner hat ein Brutalander, deswegen ist es... Ja, wollte ich schon sagen. Ich habe Brutalander gefangen. Und es ist immer noch Game Over. Das Ding holt jetzt schon Wartier ein. Ich bin beide gleich stark, deswegen ist... Wenn du eine Wahlbahn findest, dann... Ja, Alter, so ein bisschen... Der Biss ist im Early-Game so stark ein Brutalander. Oder halt, wenn du wirklich den Drachentanzer lernst. Oder erlernst du Drachentanz? Ich glaube schon. Oh, stimmt. Wenn das Ding Drachen... Alter, das ist so... Ich habe Honig gehalten, ne? Bedroher Drachentanz. Ja, stimmt, man kriegt ja gleich... Also ich schmiere es mal direkt auf den Baum. Vielleicht bringt es was. Vielleicht kommt dann den Counter. Aber es dauert ja ein bisschen. Ja, vielleicht nehmen wir dann morgen auf, wenn es das... Mal gucken. Ja, ist hier noch Item? Hab ich das beschmiert? Ohne TM. TM, Lake. Oder Lake. Ich nenne es immer Lake, aber manche nennen es ja Lake. Lake? Ja, keine Ahnung. Ich habe das schon so oft gehört. Ich denke aber, Lake macht doch mehr Sinn wegen See. Aber, keine Ahnung. Ich kann das irgendwie erlernen. White, das Enteron. Ich muss Enteron mal leveln. Oh man. So, damit bin ich jetzt offiziell auch in Flurry. Nice. Kleiner Checkpoint wieder. Und dann geht es auch gleich ins Windkraftwerk. Ah ja, Leute, wer es noch nicht mitbekommen hat. Im letzten Bad haben wir so beschlossen, dass wir die Parts auch wirklich so um die 25 Minuten lang machen. Ja. Weil wir wirklich viele gefragt haben, deswegen dachten wir, 20 Minuten sind zu kurz, halbe Stunde, vielleicht ein bisschen zu lang. Deswegen einigen wir uns auf 25 Minuten. Ja, ich sage es, man kommt manchmal so nicht absichtlich unbedingt manchmal ein paar Minuten immer drüber, wenn auch mal ein Kampf ist. Deswegen 25 Minuten plus 1, 2 ist eigentlich immer noch sehr nice. Und hier sind ein paar Bären. Maronbäre. So. Was haben wir hier noch? Auf geht's ins Haus, wo der... Hast du gesagt, Mars wartet da, ne? Genau, Mars. Mit Level 16 Schnurrgast. Oh Gott, ja. Also hier natürlich nicht Schnurrgast, aber Level 16. Ich habe immer noch Angst, dass irgendwas Krasses kommt. So wie Knacksel mit Drachenwut. Ja. Drachenwut, okay. Ich gehe jetzt... Oh, jetzt ist ein neuer Counter, genau. Stell dir mal vor, ich hätte nichts, was uns bietet und alles unter 40 KP ist. Dann hätte ich direkt verloren. Dann hat man wirklich einmal verloren. Kannst nichts machen. Okay. Ein Counter für das Windkraftwerk ist... Yes. Will ich, will ich, will ich. Aber die Fangrate ist so hart. Es ist ein Methang. Es ist ein Methang. Oh, ist das nice. Alter, stell dir vor. Ja, Methang aus dem Brutalander. Ja, du hast mit... Hier. Magneto nicht im Team, ne? Ne, ne. Aber die Sache ist, Methang hat die schlimmste Fangrate im gesamten Spiel. Als ob. Ja doch, das hat eine richtig schwere Fangrate. Wir haben ja ein bisschen höher gestellt. Aber obwohl, zwei ist halt immer noch... Eins ist halt normal, auf zwei haben wir gestellt. Oh, shit. Methang an Bodycheck. Das heißt, er könnte sich theoretisch kill. Oh, ich muss jetzt richtig vorsichtig sein. Ich gehe erst mal auf eine Kopfnuss. Ich hatte Methang schon in so vielen Nasslocks. Ich hatte es damals in Platin. Ich hatte es in Ultramond. Und jetzt habe ich es vielleicht nochmal... Flinch? Nein. Konfusion. Okay, wie viele Bälle habe ich? Wie viel macht das nichts? Alter, Metagross. Metagross wäre ein Overkill. Ich habe Angst vor Bodycheck. Ich gehe einfach mal an Body. Come on, Methang. Methang. Ist ja so nice. Vor allen Dingen, er hat... Er hat, wie heißt die Fähigkeit? Clear Body, dass kein Bedroher wirkt. Das ist auch geil. Der Bodycheck. Ah, geht nur auf Konfusion. Ich habe aber Angst, nochmal anzugreifen. Weil wenn er sich dann killt, ist... Oder war halt wie im letzten Part. Wenn ein Mammut hier auf die Attacke geht, dass der eine Genauigkeit dann nicht gesenkt wird. Ja. Ja, ja. Das wäre so gut. Ich wollte gerade fragen, ob Reptain sich auf Level 16 entwickelt, aber ich habe ja schon Reptain. Ich habe ja schon Reptain. Ach stimmt, ich wollte... Wir haben in drei Saison geguckt. Nein, Crid! Brutalander, verdammt dich! Du bist zu stark! Besiegt mich! Mann, ey. Crid, ja. Wie, ja? Ach, Mann. Ach so, es ist zu stark, meinst du? Ja, Brutalander ist zu stark, hat gekrittet und das Metern nicht. Laubklinge Level 29. Komm, Reptain, bis dahin kriege ich dich. Ein Item, ein Leuchtstein. Warte, Leuchtstein ist ein Entwicklungs-Item für was? Für Togekiss, also für Togekiss. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist theoretisch nice. Okay. Besiegen wir mal kurz den Rübel hier. Ach Mann, Metern. Metern wäre so nice, aber was soll's. Brutalander ist auch nice, das wäre ja das Generation 3, du des Todes. Mein Lieblings-Froogmon ist erschienen und ich hab keine Feuerattacke. Ja, let's go. Scherox? Mmh. Nice. Scherox ist auch... Oh, Kaifel. Uh. Kaifel, Level 11. Oh, Bernhard, da kannst du nicht. Pass auf, pass auf. Da bleibt Brutalander nicht dran. Der große Bruder war ja schon im letzten Part von Kaifel da. Ja, genau, ich werde von der Entwicklungsreihe verfolgen. Das hat der keine Bruder gerufen. Ja, so. Ganz ehrlich, ich kann schon wieder nichts machen. Energiefokus, nein. Wird das nicht um 50% erhöht, die Kützchance, war da nicht was? Sie wird auf jeden Fall erhöht. Ich weiß nicht um wie viel Prozent, aber du bist in Trouble, wenn er was Starkes hat. Aber ich tue es hier mit Flügelschlag und er geht nur auf Silver Black. Okay, das sollte es gewesen sein. Endschau. Es ist genau dieselbe Kacke wie im letzten Part. Pulverschnee, Kaifel und ich kann nichts machen, ey. Und lass mich raten, du hast Enteron immer noch nicht trainiert. Ja, hat sich noch nicht so angeboten. Ich meine, ich habe Evoli trainiert. Ein Level, ja. Ich will nämlich Fulipurba haben und das ist auch gut gegen Kaifel. Naja, nevermind. Das ist nicht gut wegen... Ach, weißt du, was gerade kommt gegen mich? Ein Mehtank. Oh, er kommt jetzt zu dir rüber. Er will nicht bei mir sein, er geht lieber zu dir. Aber er ist ja im Trainerkampf. Lebenssude, okay. So schlimm wie das, mein Moodle. Ist es dann doch nicht. Mann, 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 Mann. Ey. Ich feiere die Musik, ne? Wenn du gegen Team Galactic Leute kämpfst. Ja, Team Galactic ist richtig geil. Das ist mit eines der besten Antagonisten-Films, würde ich sogar sagen. Aber Team Rocket fand ich auch damals richtig cool. Ja, vor allen Dingen das neue... Das neue Rainbow Rocket fand ich geil in Usum. Das war ein fettes Film. Ja, aber Usum generell, ich mag das Spiel nicht. Ach, komm. Sonne und Mond auch nicht. Ich fand die Story geil. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Ich mochte die Story auch nicht. Ja, aber es hat auch viele... Es hat auch kompetitiven, meine Meinung nach, viele geile neue. Kompetitiv auf jeden Fall, ja, ja. Auch Attacken und Z-Steine und was weiß ich nicht. Ja, also das haben sie gut gemacht. Es kam eigentlich neue Mega-Entwicklungen raus, ne? Zur siebten Generation. Ne, 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 leider nicht. Mann, die Mega-Entwicklungen werden so vernachlässigt. Es ist so eine schöne Mechanik. Ich liebe Megas, aber... Die kommen bestimmt zu 8. Liebe Helder bekommt 100%ig eine Mega-Entwicklung. Uh, Kritt und wieder auf 5kp. Alter. Das war im letzten Part schon mal so. Okay, aber ich glaube, Vati sollte hier... Keine Pulver, schnell, Vati. Oh Gott. Ich bin bei Mars. Alter, Vati ist immer mein Carrymon, aber es darf nicht mein einziges Mon sein. Mann. Schnabel, ja gut. Warum kein Keifel Schnabel? Keifel Schnabel. Ja, es müsste eher Horn heißen. Darf ich dir was Witziges sagen? Ich wollte, ich habe mir überlegt, Keifel zuerst in der MBBA gegen dich mit Schnabel zu spielen, wegen deinem Käfer. Ich habe es mir wirklich überlegt. Es kann nur Schnabel als Flugattack. Ich habe es mir wirklich überlegt. Aber ich glaube, Keifel habe ich dann im Endeffekt nicht mitgenommen. Falls ich mitgenommen hätte, hätte ich glaube ich Schnabel drauf gespielt. Wirklich, Schnabel? Weil ich dann halt gegen deinen Käfertypers gehabt hätte. Wie heißt das Buzzle? Das hätte doch Save nichts gemacht, oder? Hätte das was gemacht? Ja, für Steffel ist es nicht, aber mehr als Erdbeam oder Eisdorf hergemeine ich. Ja, das bestimmt. Ich habe es nicht nachgekalt, aber ich... Ja, Keifel war sowieso nicht auf dem Buzzle. Aber so eine 4-5-Effektive-Attacke, ein Schnabel. Wie viel Base hat Schnabel? 40? 40 glaube ich nur, ja. Naja, gut. So ein bisschen Chip. Also mein Kampf beginnt gerade gegen Mars und ich habe Angst. Es ist nur ein Dummiesel, okay. Aber nur nicht das 16er, nur das V-Pokémon. Ja, ich glaube, das ist Zubat in Wirklichkeit. Stimmt, sie hat einen Zubat, genau. Ja, zum Galacti hat immer Zubat Schaden und so. Ist nur normal, ne? Wenn es Wasser wäre, wäre es nice, aber ist glaube ich nur normal. Hm. Ich spiele jetzt eher mal die Save-Karte, gehe immer mal wieder zum Poké-Center. Ich habe viel zu viel Angst. Ach Gott, ey, wenn wieder Kaifler so kommt, ich muss die Monsten ziehen. Das macht ja gar nichts. Also, Miesel ist richtig schön bulky. Ja, aber das macht ja auch so, aber macht vielleicht 2 KP. Ja, ich habe damals in den Wild-Verbill-Streams ein richtiges Troldo-Miesel gespielt mit Einrollen. So richtig eklig mit Steinhardeln Einrollen. Das war witzig. Komm, ich trenne die Evoli weiter. Ich habe Bock auf Evoli. Solange ich Latios habe, glaube ich. Ja, das ist auch. Wie bei mir, Vati und Brutalander, sondern einfach so ein Ziel. Oh, das Ding kann ein Igler, was? Okay, jetzt hau drauf zu Heidon. Ich sage es doch so mit Einrollen, jetzt kommt er mit ein Igler. Hau drauf. Das macht nichts. Und ein Gena, was? Und ich kann ja auch mit Spukball nicht angreifen. Alter, das ist so geil, wenn dieses Mon viel Rampenlicht bekommt. Ich liebe Dummiesel. Komm, bis. Jetzt fuck es dich ab. Das Ding hat Gena eingesetzt. Ich hoffe, der hat keinen Trank, der Boy. Oh, noch ein Giftblick, was? Ah, jetzt kann er mich nicht einschläfen. Es hat einfach Giftblick und Gena und Einigler. Und Raserei. Es ist genau so ein Abfuckset, wie ich es mag. So, Brutalander. Soll ich einfach dagegen Silberblick spammen? Man will sich selbst mit Einigler hochboosten. Bernhard. Scherenmacht von Kingler, verdroht Bedroher. Bitter. Ach man, das kann doch nicht wahr sein. Ja, komm, Akuma. Kingler ist auch so ein Mann. Kingler ist ein geiles Mann. Ich mag das Buch. Es hat so einen hohen Angriffstat, einen relativ hohen Verteidigungsstat, aber speziell hängt er null. So fragil auf der speziellen Seite. Kingler, ich habe das im Anime damals gefeiert. Hast du wahrscheinlich nicht geguckt. Im Anime fand ich Kingler richtig nice. Kingler ist auch stylisch. Ich meine, ich hatte ihn damals mal in Diamant gespielt, glaube ich. Mit in die Top 4 genommen. So richtig wenn. Aber Kingler ist schon nice. Der bekommt auch Geolite, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Bei Ash irgendwie im Anime war das so, der hat den Pokémon Liga Krabbi entwickeln lassen. Dann war Kingler und Kingler hat den Sieg geholt irgendwie gegen Trainer. Das hat natürlich nice gekauft. Hat Ash überhaupt jemals die Pokoliga gewonnen? Hat der die Pokémon Liga gewonnen? Ich glaube nicht, nein. Der ist doch immer durch... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Alter, jetzt kommt ein Georock. Mir fehlt das Enteron. Mir fehlt das Enteron. Warte, ist Georock schon Boden oder nur Gestein? Kann ich dir nicht sagen. Alter, das ist schon wieder so ein Mann, was mich... Ich glaube beides. Ich glaube. Ja, stimmt. Ich sag doch Enteron. Ja, ich kann nichts machen. Ey, wenn er jetzt einen Trank hat, ne? Er ist im roten Bereich. Und einigler auf plus 2. Was soll ich machen, ey? Georock. Kann er bitte einfach boomen? Ich habe keinen Bock auf Georock. Boom, okay. Ja, er soll einfach sterben, ey. Das wird wieder ewig dauern, weil ich habe nichts. Ich kann ihn mit nichts anfassen. Ich werde jetzt einfach mit Brutalender switchen, um ihn bedrohen zu können. Level 9, okay. Er wird nichts machen. Ja, roten Schau. Wir haben gleich schon die 15 Minuten und ich bin immer noch bei Doomiesel. Oh, das Problem ist, ich bin jetzt auch noch in diesem einen Galaktiker-Kampf, wo der zweite direkt hinterherkommt. Oh, das ist blöde. Ah, das machen wir noch. Ich bin ja eh noch bei Doomiesel. Ich meine, ich könnte theoretisch auch jetzt, wir nehmen ja sowieso im Nachhinein auf, also wir könnten theoretisch auch im Kampf aufnehmen. Nein, im Kampf ist blöd. Mach schon einen Kampf zu Ende. Also, Doomiesel besiegt direkt. Bei Mars jetzt noch. Nur bei dir? Jetzt kommt das letzte Monat. Jetzt bin ich gespannt. Level 16. Es kommt irgendein krasses Monat bestimmt. Ja, und? Ein Sonnenfeld. Aber das Ding ist, glaube ich, Psychogestall. Ach, Sunfil, Sunfil ist doch... Ja, wow. Latios, Shadow Ball, Evil. Stimmt, Latios, Shadow Ball. Ja, danke. Ja, komm. Ich spiele Hösus. Oh, ja, okay. Das hätte ich auch safe gewusst. Ja, natürlich. Irgendwie hätte ich ja nachgedacht. Aber ich meine, Sunfil kann er nicht sogar auch boomen? Ja, ich glaube auch. Explosion, nicht final. Explosion kann es definitiv. Ja. Also, wenn... Oh, oh. Ich darf... Wenn ich Latios verliere, ne? Aber ein Speck-Spukball sollte doch... Okay, aber es ist ein Level höher als Latios. Es geht, okay. Huh. Ja. Das Ding kann wirklich Explosion. Hat er gemacht? Ne, ne, hat er nicht. Ich hatte es nicht getankt, den Spukball. Aber ich glaube, dass das Ding Explosion kann. Bis, Georock. Bitte fliehen sich einfach weg. So, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Das ist ein Crit. One-Shot auf Georock. Nice. Brutalanda am worken. So, gute XP. Oder ist das jetzt schon der zweite? Ne, ich glaube, ich muss jetzt noch gegen ihn einkämpfen, leider. Mhm. Oder, warte, ich könnte theoretisch auch im Dialog beenden. Das wäre ja nicht so schlimm. Warte. Du kannst den auch noch beenden. Dann haben wir halt 27 Minuten oder so. Ja, oder wir... Ach komm, ich bin jetzt hier im Dialog. Ich bin gerade außerhalb des Kampfes. Wir können beenden, also... Gut, 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 gut. Also, Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da am Sonn... Sonntag, ne? Ne, Donnerstag. Das ist der für Donnerstag, ja. Am Sonntag kommt wieder der Part, aber in mir... Ne, warte mal, das ist doch heute Dienstag der Part, oder? Oder? Das ist heute Dienstag. Ja, das ist der zweite Part, den wir heute aufnehmen. Also Dienstag. Ah, stimmt, genau, ist der Dienstag. Ich bin verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Also Donnerstag, Leute, auf Niko Rashi's Kanal kommt jetzt das nächste Part. Und ja, damit sind wir raus. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Haut rein, bis dann. Und ciao. Und ciao.